Wir sind gerade nach der Premiere des Bestattern mit der Frau Landammann Susanne Hochuli. Frau Hochuli, wie hat Ihnen die Premiere gefallen? Es ist extrem spannend und es ist so gemein. Jetzt hat sie aufgehört und man weiss nicht, wie es weitergeht. Ich bin dann gar nicht oben, wenn das überhaupt läuft. Am liebsten möchte ich wissen, was jetzt weiter passiert. Jetzt haben Sie keine Fernseher zu Hause und vorhin auch gesagt, Sie sagten, Sie würden nicht am Computer schauen. Haben Sie einen anderen Plan, wie Sie doch noch in den Genuss kommen von den restlichen Folgen? Nein, ich habe versucht, schon mehr Informationen aus dem Mike Müller, als der Bestatter spielt, auszulocken. Es ist noch schwierig. Ich muss dann einfach schauen, dass man eher dort, der da schaut, schreibt, wie das möglich geht. Aber das geschriebenige Wort ist ja schon nicht ganz gleich bei den sensationellen Schauspielern, die auch im Bestatter mitspielen. Das stimmt, aber ich bin ja dann da nicht da. Ich laufe dann in Deutschland durch, wenn es Anfangsjahr ausgestrahlt wird. Und vermutlich bin ich dann so abgeweckt, dass ich gar nicht mehr weiss, dass es kommt. Ich hoffe auf jeden Fall, dass Sie noch irgendwie die Chance bekommen, die restlichen Folgen zu schauen. Danke vielmals. Merci.